Hier kommt die Maus. Was hat er? Was ist das denn? Nein! 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 Das sagt er auch noch. So, final round. Jetzt werde ich wieder durchgejagt. Durchgejagt? Ist das ein Wort? Nein. Da, sag ich doch. Jetzt kommt die Blaue. Das ist unfassbar. HSSM. Das ist einfach für Hobbyside. Alle am rumlungern hier, du. Und er schiebt mich nach vorne, ey. Immer wenn er da ist, soll ich weg mal lang. Genau so. Äh, was mach ich denn da? Was war das denn? Nein, ich fall runter, ne? Nein. Ich fall doch runter. Meine Rote. Nein. Jetzt kommt der Blitz. Ist das euer Ernst? Nein! Nein! Wieder kurz vorm Ziel. Das ist nicht euer scheiß Ernst. Oha. Oha. Oha, Mann! Ich hab mir bald nen Boxer oder so, ey. Du musst so aggressiv das Spiel. Und noch ne rote, ey. Es ist unfassbar. Es ist... Und ne blaue. Ja. Ja. Und ne Rakete. Und noch eine. Ich mach straßensperre, du Schwein. SC-Level 20 Ultimate Enforcer. Alter Falter. Wer schickt mir denn jetzt ne Freundschaftsanfrage, bitteschön. Was? Siri hat die Schnauze. Wie heißt der? Oh, ich hätte beinahe was verkehrtes gesagt. Ah! Da haben wir ihn. Da haben wir alles davor. Nintendo. Genau. Nintendo direkt gesehen. Da fällt er in die Lava. Und schluss. Ja, dann müsste er in die Lava fallen. Sollte. Lust. Ja. Er ist eben mit seinen Schälen nochmal geflogen. Der war nice. Mann, was mach ich denn da? Ich bin so dumm. Bin nicht dumm. Lust. Da ist noch schlimmer als FIFA. Äh. Schlimmer. Schlimmer als FIFA. Die Distanz, ey. Jo. Wie geil. Weg, 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 weg. Oh. Das war knapp. Ja. Dann nochmal eine Wiederholung, ey. Kein Tor. Ja. Ah, er hat auch blau. Ich weiß. Ey. Scheiße. Er steht hier wie bekifft. Mann, beweg deinen Arsch. Oh. Mann. Ja. Nein. Doch. Ja voll. Ich geh auf Verteidigung. Oder naja. Defense. Ich geh auf Angriff. Nein, 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 ich geh auf Angriff. Sehr ernsthaft. Na egal. Zweites Match, Leute. Macht ja auch Spaß, ne? Nö. Uh. Wierst du? 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 Oh. Wierst du? 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 Hm. Hat der hier Moonwalk, oder was? Oh, ist der hier so ein Scheißhaus? Er ist jetzt ein Scheißhaus. Keine Ahnung, oder? Oh, jetzt habe ich einen Sweet Shot gemacht. Ich wollte mich... ich wollte mich jetzt ein bisschen holen lassen. So kann man auch tun, oder? Nein, nicht ruhen! Ha, 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 idiot! Oh, ich bin waiting. Digga, wir wollten da jetzt. Mehr... oh, hier sehe ich Action. Wow. Das war nicht knapper. Nice. Nein, nein, nein. Oh, Ermas ist gerade abgefahren. Das hast du gemacht schon wieder. Im Studio gehauen. Wie behindert sich der Rumzucker? Was war das? Das war ja ein doppeltes Eintor. B. Ja, komm, der geht rein, der geht rein! Ja! A oder B? Ich glaube, wir bleiben bei B, wa? Ja. B, B, B. Die war A oder B? B, habe ich doch eben gesagt. Äh... Was? Gegner? Uh, was ist das denn? What the fuck? Warum will ich denn so leben? So leben will ich, genau. So leben will ich, genau. Wie will ich leben? Okay, langsam bin ich irgendwie... Im Game raus. Oh, super. Rennen. Ja. Oh, die Tor. Die Tor auf. Hm. Ich snipe. Genau so. Double kill. Sehr gut. Schrot schlinden. Schrot schlinden. Schrot schlinden. Schrot schlinden. Hä, ist ja doch nicht zum wieder überleben. Hm. Was? Hallo Siri. Hallo Siri. Entschuldige, es gibt nichts zu wiederum. Ah, hier ist der Lager. Der Lager. Was? Was? Wo ist er denn? Oh, das ist weg. Äh, ist weg. Achso. Wie? Wir brauchen es auch für Roboter. Wenn wir die Helium zurück erobern und alles... Woah. Ey, wegen so'n Scheiß gehe ich jetzt wieder drauf, oder was? Hä? Hm. Tch, okay. Er hängt außer Decke? Alles klar. Ja. Ah, ich weiss ja nicht so recht, wir laden hier ist der Rest des Schrottglanzes. Wieso geh ich denn jetzt auf der Haupt? Oh, er ist hier oben, er ist hier oben. Ich wollte es sehen. Nahkampf-Action. Bäm, mal mit in die Fresse rein. Ja. Ha 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 ha. Ja, hol ich mir im Schwanz. Schwarzmarkt. Hast du grad Schwanzmarkt gesagt? Nein, nein, nein. So, oh Gott, schiessen auf Schwarz. Was? Mein Game ist grad abgekirkt. Wenn es einer ein Sniper-Vesier sieht, bitte markieren, ja? Bei Rune ist er ein bisschen unsniperig. Ja, schatz. Okay, das ging schnell. Das sind bestimmt Mitarbeiter von EA, die Switch-Liefer entwickelt haben. Die haben selber keinen Bock. Na drauf, Mann! Ja! Boah! Boah! Was hat er denn gemacht? Er hat auf den Boden geköpft. Ist ja dumm. Boah! Jetzt! Ja! Boah! Er macht das Tor! Nari kann es machen! Oh! Die Switch ausgegangen. Tja! Er schießt! Ja! Ja, Mann! Oh, die Verdachtsgranaten hier! Ach, Shit! Hat sogar geklappt! Jawollo! Das ist ja ein schönes Gartenstart hier. Ich check das gar nicht, dass hier ein Gegner ist. Was war das denn schon wieder, ey? Komm, gute Position. Und! Ja! 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 Komm! Ja! Oha! Noch den Ersten! Mann! Ich verdrifte mich, du Hund! Ich Hund! Oh! Mann! Fuck! Das wär' nicht der Erste! Oder? Doch! Was war das? Digga, wer klingelt denn jetzt? Weck mir am Arsch! Schreib wieder nach! Snoopy! Das sieht aus wie eine verdammte Kuh! Das ist doch kein Snoopy! Fliegendes Schwein! Ich sag das noch! Den ersten ballere ich noch nicht weg, weil... Uuuuuh! Weil ich dumm bin! Punkt Ding her! Oh! Schmeiß' Handy weg! Die Chance ist jetzt geringer, dass die Map kommt! Nein! 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 Soviel dazu! Uuuuuh! Uuuuh! Die ist ja... Verdammt! Oho! Nein! Dieser fucking Fisch, ey! Kappador wieder heiß! Mann! Den Pilz kann man richtig abkürzen, wenn man jetzt hier rumfährt! Oh nein! Puh! Das war Glück! Nein! Das war Glück! Der Erste und Röte ist natürlich Gold wert! Falls die Blaue kommt! Wahrscheinlich geht sie für eine scheißrote drauf, was nicht so bald wird! Wenn man schon mal auf den ersten... Was hab ich gesagt? Sie geht für eine rote drauf! Uuuuh! Was war das denn, Junge? Knallfrosch! Das will dir unter Co. wieder eine pervers lustige Nacht! Auf Online-Basis! Auf Online-Basis, genau! Auf Online-Basis, ja! Lässt du dich träumen, oder was? Nee! Ja, ich geh kurz eine rauchen! Ich geh kurz eine pullern! Ja, eine pullern, eine rauchen! Eine pullern, ja! Bis gleich! So, da ist er wieder! Da ist er wieder! Ja! Wir machen grad Live-Speed quasi! Ich sag doch, ich bin so irgendwie Meister... Meister Yoda! Du bist Meister Yoda! Bloß nicht in grün! Und wesentlich größer! Dafür im Blau! Dann wirst du nie wieder Bier trinken, oder nie wieder Energy trinken! Nie wieder Energy! Nie wieder Energy! Nie wieder Energy! Jop! First Subscriber Badge hast du! Scheiße, ich komm gar nicht klar! Ihr sollt die Munddrücke raus! Hm... Nee, nee, nee! Wir kacken echt ab! Wir müssen mal Bier trinken, ey! Wir müssen... Ja! Du wolltest Rocket League spielen! Dann musst du mal ein Bier getrunken haben! Warte! Der geht rein! Ist schon drin? Der geht rein! Nein! Ist er nicht! Oh mein Gott! What the fuck, Alter! Ohne Scheiß! Boah, jetzt hab ich... Nee, ich wollte grad auf den Tisch schauen! Dann geht irgendwas kaputt! Dann geht der die Switch oder... Das Bier! Das Switch wäre egal, aber nicht! Das Bier ist schlimm! Hm? Okay! Was? Der wird! Der wird! Der wird! Der wird! Der wird! Nein! Aber... Ich hau noch rein! Der wird! Der wird! Siehste! Es gibt so... Es gibt so diesen kleinen Moment! Von paar Sekunden! Ja, diesen ganz kleinen! Was auch jetzt zum Beispiel! Genau den Moment! Ich hab nicht reingeschossen! Scheiße, Mann! Was war das denn eben? Wieso? Das war voll gut! Geil, Mann! Geil! Geil! Warte mal ganz kurz! Ich muss kurz einmal umschließen! Kleinen Moment! Ich warte! Ich lauf nicht weg! Wo soll ich hin? Die Kneipen haben zu! Also muss ich ja hier sitzen bleiben! In der Fremdsprache Stadt Landfluss am Arsch! Also geht's schon los oder was? Was? Oh, ich bin doch gar nicht dabei! Ja, was? Ja, ich auch nicht! Es geht schon los! Spielzeug im Happy Meal! Muschi! Alles Scheiße! Alles Mist! Ja, das eine sollte denn sonst! Scheiße, Mann! Eine Ahnung! Einfach random drauf losraten! Das sind ja nur drei Buchstaben! Ich hab sogar... Teufels Bambi! Echt? Das ist für Gott mich alles nur noch mehr! Und am Läffen ist? Ich weiß nicht! Ich wollte gerade sagen! Monster! Monster! Das ist ja eine Katze, glaub ich! Bei Ägypten mochten Katzen! Die haben solche Katzen beerdigt! Wüsstest du das? Ja! Bei denen ihre Muschis zu Grabe getragen... Ne, das ist wieder... Muschis zu Grabe getragen! Ich hör dich gleich, aber du hörst mich doch scheiße gleich nicht mehr so gut! Das ist schön, wenn ich dich nicht mehr höre! Du gehst mir eh auf den Garten! Was? Ich mein, es gibt so ein paar Kogu-Spaces, Anbieter, die organisieren tatsächlich jede Woche eine Party mit Freisaufen! Wo? Ja, du musst natürlich deine Mitgliedsbeiträge dafür zahlen, aber es wär steuerlich voll absetzbar! Absetzbares Saufen?